Ja, moin Leute, da seid ihr endlich wieder. Ja, freut mich. Hier ist wieder euer Chris von JTI Games und heute gibt es nicht nur diese wunderbaren Nike-Sneaker da unten, nein, es gibt auch noch eine neue Wochenaufgabe und zwar diese hier, eliminiere Gegner mit einer Explosionswaffe. Also, ich habe das Ganze mit einem Raketenwerfer gemacht, aber ich denke mal, sämtliche Explosionswaffen zählen, das heißt auch Granatwerfer, Granate, höchstwahrscheinlich auch, was gibt es da noch, hier die Dynamitdinger da, das sollte eigentlich funktionieren. Da schauen wir mal ganz kurz rein und da würde ich sagen, viel Spaß bei der kurzen Szene. Und da ist der fünfte. Ja, Leute, und so einfach ist das. Einfach kurz eliminiert, dann ruckzuck zehn Battle-Path-Sterne bekommen und ein Level hochgeschrieben. Wir schaffen das auf jeden Fall gemeinsam, frühzeitig den Battle-Path auf Stufe 100 zu bekommen und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo da, was ihr gerne möchtet und wir sehen uns im nächsten Video.